Wir kennen das Problem seit 50 Jahren. Wir müssen endlich handeln. Der Planet wird kaputt. Stoppt die fossile Zerstörung. Wir rasen in eine Klimahölle. Seit 50 Jahren kennen wir das Problem. Die Emissionen sind so hoch wie noch nie. Warum stoppen wir das nicht endlich? Unsere Regierung muss die Verantwortung übernehmen. Mitzuwählen. Die Landwirtschaft wird nicht mehr funktionieren. Die Leute werden sich den Kopf einschlagen, weil sie nichts zu essen haben. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt handeln. Firmen wie die OMV sponsern diese Ausstellung beispielsweise. Sie wollen sich eine reine Weste waschen mit solchen Förderungen. Genau wie die Tatsache.